Europa ist ja an sich eine modernistische Kurzform des Wortes Euer Opa. Was machen denn die Europäer, die andere Großeltern haben? Die kriegen von uns praktisch den Rest von der Baustelle. Da bauen wir Europayetten aus, da machen wir für die Frauen Schleider drauf. Dresden. Für fünf Ehepaare der sächsischen Metropole erfüllte sich jetzt der Traum von einer teuren Wohnung. Ihre Miete wurde drastisch erhöht. Mach kleiner mal und lass dir mehr Zeit. Was? Immer noch? Ja, die Leute müssen es ja verstehen. Die Leute wollen es ja auch verstehen. Also jetzt, das ist nicht Dieter Thomas, der jetzt den Schnellsprecherrekord, sondern richtig vom Sinn her für fünf Ehepaare, die machen, die lassen sich eher Zeit, eher gesetzt, als dass sie jetzt drüber. Dresden. Für fünf Ehepaare der sächsischen Metropole erfüllte sich jetzt der Traum von einer teuren Wohnung. Ihre Miete wurde drastisch erhöht. Schau dir diesen Elefant an. Der ist ganz arm dran. Da ist nichts mehr über, außer Knochen. Nicht mal mehr Haut. Ich könnte jetzt auch stundenlang weitermachen. Wie lange wollt ihr es denn? Ja, wir gehen jetzt zurück in die Sendezentrale. Nächste Woche freuen Sie sich wieder auf zwei Stühle, eine Meinung. Sie wissen ja, ich pack auf Sie. war schon mal hier fürn, äh. Ich trage die Sendezentrale.